Musik Hallo meine lieben Fuß, besonders nice für dich! Oh Sie sind schon ein Brummer! Bist du wirklich, oder? Bist du ein Brummer? Ihr seid jetzt ganze Freunde! Welcome back to Cyprus! Oh, das war so schön! Es ist mir ganz wichtig, dass die Hunde sich mögen. Und wenn die erfahren, dass sie nur eine Straße voneinander entfernt wohnen, ich glaube, dann geht Tara irgendwann mal ganz alleine spazieren zu Makita. Ciao Kakao, ich gehe in den fremden Garten! Also es war ein Genuss! Es ist besser als Fernsehen, den beiden Hunden beim Spielen zu zugucken, wirklich! Was hab ich hier in Ihren Filmsäck? Ich, Ella, schreibt mir gerade, und sie schreibt gerade, das ist ja der Wahnsinn! Vor einem Jahr habe ich hier gestartet mit Höhen und Tiefen und so weiter, ne? Und dann schreibt Ella, ich bin so dankbar, dass ich Euch kennengelernt habe. Und dann schreibt sie, es ist bald ein Jahr her und wir hatten die tiefsten Tiefen und die höchsten Höhen in meinem Leben. Und jetzt verdiene ich einfach im Monat das, was ich früher in einem Jahr verdient habe. Und dann schreibe ich ihr, ja krass, du bist unaufhaltbar, weil dein Mindset einfach auch stimmt. Und jetzt schreibt Ella, ich bin unendlich dankbar für Euch, wirklich jede Zelle meines Körpers vibriert vor Dankbarkeit und Aufregung für alles, was noch kommt. Ab Februar lege ich nochmal eine neue Richtung ein, Vegan Mindsoul. Ich habe jetzt ein neues Programm verkauft, welches ich noch nie auf Social Media erwähnt hatte und habe jetzt schon drei Frauen. Ja, mega. Sie ist einfach eine gute. Ich liebe es, unsere Kinder vollkamen, ich liebe es. Wo war der erste Schultag? Scheiße. Ah, sehr schön. Habt ihr gemacht? Nichts. Ihr habt nichts gemacht? Nichts, genau, nichts. Glaube ich nicht. Außer abschreiben. Abschreiben? Ich bin mal gespannt. Wie die aussieht. Wie die aussieht. Zeiglich. Geil. Ich nehme mal. Riecht auch gut. Sie riecht nach Kork, Katrin is in love, my sport, man. Die heißt POMGRENADE, was auf Deutsch bedeutet Granatenapfel, diese Idee ist natürlich hier in Zypern entstanden. Warum haben wir das ganze POMGRENADE genannt? Weil, erstens liebe ich Granatapfel, zweitens essen wir hier im Sommer jeden Tag Granatapfel, drittens steckt das Wort GRANATE drinne und ich bitte euch, wer Sport auf dieser Matte macht, der wird auch zur Granate, richtig Matilda, sie hat es erfasst, der wird auch zur Granate. Also nachhaltig, ordentlich, souverän, schön, umweltschonend, ich würde sagen, the one and only. Und für mich geht es jetzt nochmal nach Limassol, ich muss die Box abholen für Tara, für unsere Hündin, denn die haben wir auf dem Rückweg vom Flughafen, wir sind in Lanaka gelandet und sind dann nach Parfos nach Hause gefahren, haben unsere Hündin bei unseren Freunden in Limassol abgeholt, die freundlicherweise eine Woche auf die kleine Tara aufgepasst haben, aber wir hatten keine Chance mit vier Koffern im Auto und voll besetzten Sitzen und Hund dann zusätzlich noch diese große Box abzuholen, denn die ist dafür ausgelegt, dass Tara ja durchaus über 30 Kilo schwer wird und ja, die muss ich jetzt abholen, da fahre ich jetzt hin. Wir gucken, dass wir so ein bisschen reinkommen in den Rhythmus, wettertechnisch sieht es hier tatsächlich so aus, dass es eigentlich schön war, heute soll es anfangen ein bisschen zu regnen und anyway, ich quatsche wieder viel zu viel, los geht's, ab nach Limassol. Die ist ein bisschen kopf. Wenn wir nicht so aus, wie wir es sind, dann geht's, hast du existieren? Das ist dann doch größer als erwartet, da müssen wir einmal hier ein bisschen umbauen. Hier beim Auto, das wo es hinten so flach ist, das darf eigentlich nicht sein. Ich musste die Box auseinander bauen, sind die Kinder abgeholt und ich glaube, die passen nicht durch die Tür. Dann müssen wir sie seitlich nehmen. Die passen nicht mal ans Auto, aber ich habe eine Lösung, ich habe mir schon ein neues Auto ausübt. Los. In der Erste? Nein. Ich habe schon ein neues Auto. Doch. Das liegt nur auf dem Fall der hinten geschlägt ist, unser Rangy. Bei einem Porsche Cayenne würde das nicht passieren. Na, Probleme? Du fragst mir sicherlich, was das ist. Wie funktioniert das? Das brauche ich jetzt noch ein Bad. Hey, ein neues Haus, Madame. Wie wollen wir Sie im Auto transportieren? Ja, ein neues Auto. Lass uns den Rangy jetzt verkaufen. Wirklich? Ja, Porsche. Wieso Porsche? Weil er groß genug ist. Ja, nur warum. Pack mal meine Lecker rein. Pack mal meine Lecker rein. Aber nicht den Rangy verkaufen. Hier sind die Leckerlis. Werd den Mini. Den Rangy kann ich viel öfter. Ja. Der Hund ist eine Besitzerin. Ich muss es immer wieder sagen. Jetzt kommt der Moment, wo man eigentlich nicht raus möchte, aber der Hund will pullern. Oder Matilda bei den Hausaufgaben ablenken. Aber jetzt muss ich raus und es regnet. Tara! Ja, Mensch. Wieso würdest du sagen, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen hier. So geht raus da jetzt in den Regen. Lust? Warte, ich hände hier den Haken. Weit. Schrenger. 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 Wie sehr kann man sich darüber freuen, dass ein Hund Kacki draußen macht. Bei Kleinwelten, die auch mal zu Hause reinkacken, ist das richtig schön. Aber, was nicht ganz so schön ist, willst du das mal sehen hier, Stefan? Guck mal hier. Das ist meine Schwedenhose, die habe ich mir in Schweden gekauft zum Chillen. Da hat sich Tara mit ihren kleinen Weißhörchen festgesetzt. Und da, also das muss man auch lernen, dass Welpen sich in Klamotten verweißen und Löcher machen. Papa, was steht da? Aber viel besser finde ich die Quote. Bisher immer zwei von drei Mal ins Haus gekackert, darf man das sagen. Und jetzt? Richtig. Jetzt hat sie draußen. Wird immer besser. Gut. So, uns hält hier natürlich so ein kleiner Hund immer noch auf Trab. Das heißt, wir kommen nicht dazu, regelmäßig die Vlogs hier zu machen. Ich versuche mal ab morgen wieder mich da ranzumachen und dann zu schauen, dass ich die Kamera regelmäßig dabei habe. Aber es ist einfach so unglaublich viel, was hier in den letzten Wochen passiert. Vom Start der neuen Masterclass über unseren Shop Pomegranate, der jetzt demnächst live gehen soll. Noch läuft das über Katrins Shop, aber die Marke heißt Pomegranate. Die ersten Muster sind angekommen, die müssen wir noch fotografieren. Jetzt ist das Wetter aber schlecht. Der Hund, Kirche, Schule hat wieder angefangen. Katrins Inner Circle startet jetzt im Februar wieder die nächste Runde. Also es ist einfach an so vielen Ecken und Kanten so viel zu tun. Es bringt natürlich Spaß und es ist auch Erfüllung dabei. Aber das Ganze will ein bisschen koordiniert werden und man soll dabei auch nicht unter die Räder kommen. Deshalb lassen wir uns in gewissen Bereichen einfach ein bisschen Zeit. Und bei YouTube ist es so, das ist dann eins der Themen, was wir am ehesten dann, ich will nicht sagen fallen lassen, aber wo die Kamera dann einfach mal ausbleibt. Ja, sobald wir ein bisschen mehr Routine haben, kommt die Kamera auch häufiger mit. Ich mache an der Stelle einfach mal Schluss für diesen Vlog. Liebe Grüße, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.